Es geht los! Bleib mir vom Leibe und wasch dir die Hände Komm mir nicht zu nah und wasch dir die Hände Tanz die Distanz, tanz die soziale Distanz Gib mir keine Hand und wasch dir die Hände Gib mir keinen Kuss und wasch dir die Hände Tanz die Distanz, tanz die soziale Distanz Geh nicht zur Schule und wasch dir die Hände Geh nicht zur Arbeit und wasch dir die Hände Tanz die Distanz, tanz die soziale Distanz Tanz die soziale Distanz Tanz den Virus und jetzt im Mundschuss Und jetzt in Kekulé und jetzt zur Charité Lass dich testen und tanz nach Westen Tanz nach Osten und tanz den Draußen und Tanz die Distanz, tanz die soziale Distanz Tanz die soziale Distanz Tanz die Distanz, tanz die soziale, totale Normale Die ganz radikale Distanz, tanz die soziale, totale Normale Die ganz radikale Distanz Herr Adler, wenn der Corona-Virus ein greifbarer Gegenstand wäre, ein Ding wie zum Beispiel eine Orange, was würden Sie damit tun? Kompostieren Klopapier 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 Sie müssen keine Angst haben, die Regale werden jeden Tag wieder nachgefüllt Sie müssen keine Angst haben, die Regale werden jeden Tag nachgefüllt Und die Person nochmal viel mehr zu schützen Unser Ich ist wie Merkel, die Pöschne Hallo, ich bin Corona Wisst ihr was? Ich habe alle Fußballspieler kaputt, Klammer, Christian Ronaldo kaputt Oh, warum tragst du keine Maske? Wir haben Corona Halt, stopp! Das entscheide ich! Halt, stopp!